Hallo und willkommen zurück zu Night of the Dead Folge 1. Wir haben bei Folge 0 Kurt erstellt und ohne Kurt oder ohne Gurt fahren wir jetzt mit Kurt. So, neues Spiel. Wir spielen... Bespeicherte? Nein, wir machen ein neues Spiel natürlich. So. Jetzt können wir hier noch einstellen. Das gab es damals auch noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Und zwar gibt es hier so eine Schwierigkeitsanzeige oder Skala. Friedlich sind wir bei 666%. Auch witzig. Einfach, normal, schwer, überleben. Da gibt es eine Herausforderung. Legende und Benutzerdefiniert. Das kann man bestimmt bis ganz vorne ziehen. Wir spielen aber den normalen Schwierigkeitsgrad. Man kann jetzt hier noch einstellen. PvE, PvP, Hardcore etc. Keine Wellen. Wir lassen das einfach mal alles so stehen. Und ich würde sagen, wir gehen ins Spiel und dann schauen wir mal. Was uns erwartet. Ich freue mich. Oh, das wird gut. Oh, das wird, glaube ich, richtig gut. Also mir hat das Spiel damals schon gefallen. Und es hat noch seine Macken, seine Kanten. Es arbeiten, wenn ich recht, also wenn ich richtig informiert bin, sind es zwei Leute mittlerweile. Ich meine, es war einer mal oder waren es immer zwei. Ich weiß es nicht. Korrigiert mich, wenn ihr das wisst. Aber ich meine, es sind nur zwei Leute, die daran arbeiten. Es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Seven Days to Die. Weil hier auch so Wellen kommen und so. Und ja. So, da wären wir schon. Das ist Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Und ich glaube, ich könnte. Moment. Obwohl Audio ist schon eigentlich volle Pulle. Musik ist. Machen wir mal Musik nochmal auf 70. Hat der, glaube ich, gar nicht. Ich muss das speichern. Ich hatte das gar nicht übernommen gehabt. So, ich gehe aber in die Ego-Perspektive. Das ist mit P. Obwohl P oben links steht Startpunkt ändern. Das ist, also, wundert euch nicht, wenn wir da, ähm, ja, nicht richtig, äh, alles übersetzt ist. So. Unsere Überlebensnotiz bedeutet, wir müssen jetzt die Karte kontrollieren mit M. Das machen wir mal fleißig. Das ist die Karte. Ja, das ist alles die Karte. Ich kann hier also bis zur oberen rechten Ecke zoomen und, ja, das, ähm, die Karte hat sich übrigens geändert. Die ist jetzt riesengroß. Wir haben, glaube ich, auch ein Messer. Ich gehe mal in, wir müssen auch ein Messer erstellen tatsächlich. Äh, das machen wir mal. Wir haben sogar fünf Steine. Wir haben einen Energieriegel. Gibt 35 Leben und 10 Energie. Wieso hat Kurt hier keine Haare? Naja, Selbstmord geht auch, auch schön. Äh, natürlich nicht. So, herstellen. Wir stellen mal ein Messerchen her und ziehen das mal auf die linke Hand. So. Ah, jetzt hat er Haare. Da ist er weg, da ist er da. So, wir haben Seil. Ich weiß gar nicht, wo wir es her haben. Egal. Hier ist das Crafting-Menü. Ah, Spitzhacke, Holzfäller, Fackel, Hammer, Angelrute, Pfeil. Oh, das wird zu gut. Oh, das wird zu gut. So, das Kamerawackeln habe ich, glaube ich, ausgemacht, oder? Habe ich das aus? Und zwar ist das Problem, dass man... Habe ich das aus? Ja, deaktivieren. Ich kann das mal anmachen, dann zeige ich euch, was ich damit meine. Ich speichere mal eben. Und zwar, wenn ich jetzt zuschlage, dann wackelt der so komisch mit der Kamera. Und da bin ich jetzt nicht so ein Freund in der Ego-Perspektive. Deswegen mache ich das mal ohne. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen einen Asch, einen Busch zerstören, um einen Ass zu bekommen. Aber wir sind hier aufgewacht. Und ich... Kann ich mir das auf die Eins ziehen? Das geht. Ich würde es gerne wegpacken, das Messer, aber es geht anscheinend nicht. So. Ich nehme mal das Büchlein auf. Und wir haben ein Tagebuch-Update. Du hast eine neue Seite gefunden. Mit J kommst du ins Journal. Hinweis. Du hast die nötigen Informationen erhalten, um zu entkommen. Gehe zu den Koordinaten. 44,31 Nord. 166,39 Ost. Du findest die benötigten Gegenstände im zweiten Stock der Forschungseinrichtung. Das ist da. Das musst du erst mal finden, wo das ist. 13.07.2015. 4.17 Uhr. Das klingelnde Telefon weckt mich mitten in der Nacht auf. Ich spiele durch mein linkes Auge und prüfe die Uhrzeit über der Uhr, äh, in der, also auf der Uhr über mir. Es war 4.20 Uhr morgens. Ich nahm das Handy und ging ran. Dr. Clayton, der Zustand unseres VIPs, ist etwas seltsam. Es fühlt sich an, als ob mein chronologische Migräne es bis zu meinem Herzen geschafft hätte. Wirklich? Bringen Sie zurück zur Basis. Ich fahre sofort dorthin. Ich bemühe mich sehr, während des Anrufs ruhig zu bleiben. Sobald ich aufgelegt hatte, sah ich meinen Kontakt nach und rief Leonard an. Leonard, es klingelte nur ein paar Mal, bevor er abnahm. Was ist los? Es ist so früh am Morgen. Die Stimme auf der anderen Seite schien ziemlich klar für jemanden, der gerade aufgewacht war. General Leonard, ich habe gerade erfahren aus unserer VIP, nicht, dass es ihm nicht so gut geht. Bitte kommen Sie sofort ins Labor, antwortete ich ruhig. Du meinst sofort? Es gibt etwas, das ich morgen früh erledigen muss. Ich komme rüber, sobald ich fertig bin, antwortete der General in einem ziemlich genervten Ton. Sie scheinen nicht zu verstehen. Es könnte etwas Ernstes sein. Deshalb war ich von Anfang an dagegen, dass Zivilisten in dieses Experiment einbezogen werden. Wie ich bereits erwähnt hatte, der General unterbrach mich. Als ich meine Triade begann? Achso, als ich meine Erzählung begann, schätze ich mal. Steht da, das meine ich mit Übersetzung. Das war keine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich werde bald dort sein. Wir werden dann reden. Das war das Ende des Anrufs. Wie gesagt, mit der Übersetzung ist es nicht ganz harmonisch, aber man kann es verstehen. Es geht also um eine Forschungseinrichtung, in der sie geforscht haben, mit Zivilisten anscheinend. Und wir haben einen VIP, dem es wohl nicht so gut geht. Und wir sollen den wohl dahin bringen? Oder wir sind jemand, der den bewacht hat oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Kann ich, wenn ich... Ah, so geht das. Brauche ich das nicht auf die Hand ziehen. Okay, alles klar. So, man kann hier auch Gegenstände abbauen. Das funktioniert sehr gut. So, das mache ich mal einfach mal. Stück Eisen. Finden. Wir können Autos durchsuchen. So, was haben wir denn hier? Oh, Benzin. Geil. Es gibt mittlerweile auch Fahrzeuge. Das gab es damals auch noch nicht. Und hier ist ein Pilz. Nehme ich mit. Oben rechts sieht man das Datum und die Stunde und ein Totenkopf. Wenn der gefüllt ist, der schwappt auch so oben, dann, äh, ja. Tagebuch haben wir, ne? Jo. Dann, äh, kommen wohl die Wellen. Das war damals so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich denke mal. So, ich nehme alles mit Forschungsmaterial. Okay. Forschungsmaterial? Forschungsmaterial wird verwendet, um Forschung herzustellen. Erhalte Beute. Welches Nutzen? Okay. Stimmt, die Seiten waren dazu da, um zu leveln. Also hier, äh, am Forschungstisch. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Man muss später auch ein Dings bauen. So ein, so ein Table. So. Wir müssen noch ein bisschen gucken. Ist ein bisschen leise. Ich muss mir das mal ein bisschen lauter machen. Damit ich, äh, mal eben kurz gucken. Habe ich das schon auf? Das ist schon laut. Okay. So, warte. Äh, ja. Gut. So. Ähm. Also, einen Busch müssen wir zerstören, ne? George W. Das ist kein Busch, ne? Ne. Muss gerade gucken. Wo haben wir denn hier einen? So. Ganz normal, wie das ist. Fängt das ein bisschen zäh an. Hier, das sieht aus wie ein Busch. Und. Ja. Und. Da haben wir ein Ass bekommen. Und Blätter. Erhalte kleinen Stein auf dem Boden. Genau. Also. Die Übersetzung ist nicht ganz hundertprozentig. Aber trotzdem finde ich das ein großartiges Spiel. Ich hab das auf maximale Qualität. Also auf alles Ultra steht das. Und ich find's. Oh, da läuft ein Tier. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Was ist das da unten? Ist das Kohle? Ich will jetzt auch nicht haargenau nach Tutorial spielen. Aber die Anfangssachen. Das sieht aus wie Eisen. Aber die Anfangssachen sollten wir uns schon so ein bisschen erklärt lassen. So. Wir sollen jetzt was herstellen? Eine Holzfäller-Axt. Da. Die können wir herstellen aus. Ein Eisen. Einen kleinen Stein. Und ein Ast. Eisen hatten wir schon vom Auto gesammelt. Ich fänd's noch schön. Für späteren Verlauf des Spiels. Ähm. Also Entwicklung. Dass wir quasi. Ähm. Ich tausch das. Ne, ja. Tausch ich das? Ja, ich tausch das mal. Ähm. Ein kleineres. Alter, ich dacht schon. Ein kleineres. Ein kleineres Inventar hätten. Hallo Fuchs. Du tust mir nichts, ne? Der ist ja süß. Ähm. Ein kleines Inventar, dass man das auch irgendwie ausbauen kann. Später. Das wär supi. Weißt du, dass man erst so wie in anderen Survival Games erstmal einen Rucksack finden muss oder craften muss. Das wär noch ganz geil. Ich bin am überlegen, ob ich die Entwickler nicht einfach mal anschreibe. So, wir nehmen alles. Oh, wieder Benzin. Und Plastik. Wir nehmen alles mit. Und zerstören geht leider nur mit dem Schraubenschlüssel. Also wir können wohl noch mehr Eisen daher holen. Nehmen wir jetzt erstmal alles mit, was wir brauchen. Oder was wir finden. Besser gesagt. Hier liegt ja jede Menge Stuff rum. Und wir müssen ein paar Bäume fällen. Ist die nächste Quest. Ich nehme auch mal ein paar Äste nochmal mit. So. Tannebaum. Der arme Tannebaum. Der muss jetzt dran glauben. So. Der Tannebaum ist fällig. Ich finde auch generell das System hier ganz cool. Wie das so gemacht ist. Also. Mit dem Abarbeiten der Ressourcen und so. Ist ganz witzig. So. Wie gesagt. Es gab ein Major Update irgendwann. Das hatte ich ja nicht mitgekriegt. Das ist ja jetzt schon drin. Und. Mit neuer Karte. Also die Map ist glaube ich ein bisschen anders geworden. Zerstören. Wir können sogar die Lampe zerstören. Lol. Okay. Mit neuer Karte. Es soll wohl auch neue Zombies geben. Die ich persönlich gar nicht kenne. Da bin ich sehr gespannt. Und. Wir schauen mal. Wie gesagt. Ich bin sehr vorsichtig. Weil ich weiß. Man kann hier. Sehr sehr gut. Und sehr sehr schnell auch sterben. Wir müssen ein bisschen auch aufpassen. Auf unser Gewicht. Weil. Wir haben glaube ich Gewicht. Wenn ich mich recht entsinne. Oder. Haben wir Gewicht? Ich meine. Wir hätten Gewicht. Bin mir nicht sicher. Wir haben ein Level Up. Unten recht steht. Wie können wir das denn. Wie kommen wir denn ins Dings Menü? Kriegen wir bestimmt noch erklärt. So. Ich würde mal einen Baum zerstören. Oder? Also in die Stadt wäre ich jetzt vorsichtig. Wir müssen uns auch irgendwo gucken. Wo wir uns niederlassen. Na? Steine nehme ich nochmal mit. Mal einen Busch. So. Der wackelt zwar immer noch mit der Kamera. Aber nicht mehr so extrem. So. Ich würde sagen. Ich fälle mal diesen Baum. Äh. 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 So. Diese Äste kann man glaube ich auch zerstören. War das nicht so? Kriegt man nicht Äste? Ach doch. Baumstamm. Und wir haben. Gummiharz. Baumharz. Baumharz müsste es normalerweise heißen. Okay. Belohnung. Spitzhacke müssen wir herstellen. Dann machen wir das doch mal. Mal. So. Die lege ich mir direkt auf die 2. Und das Messer rutscht dann mit auf die 3. So. Wir gehen vorsichtig ran. Na? Also. Ich kann mich entsinnen, dass das sehr sehr interessant wurde. Nachher mit den Wellen auch. Das wird glaube ich ganz. Ganz cool. Also. Wie gesagt. Erste Aufgabe. Zerstöre Felsbrocken. Ja. Immer so ein Auge auf. Was? Ich habe immer so ein kleines Auge auf die. Auf die. Auf die Stadt die vor uns liegt. Denn. Ähm. Wie gesagt. Zombies und so. Ne? Wir haben jetzt nicht großartig irgendwas zum. Zum Wehren. Außer das Messer. So. Ich würde jetzt erstmal. Gucken. Dass wir uns jetzt erstmal irgendwo niederlassen. Da ist irgendwie ein. Eine Firma. So ein Atomkraftwerk. Wir sind relativ ziemlich in der Stadt gespawnt. Wenn ich das richtig sehe. Was nicht so gut ist. Die würde ich auf jeden Fall auch erkunden wollen. Aber. Felsbrocken müssen wir noch zerstören. Das ist bestimmt Eisen hier. Würde ich vielleicht mal. Vorsicht. Jetzt haben wir mal schon mal mitnehmen. So. Ausdauer haben wir auch. Unten links. Die gelbe Anzeige. Zack. Ha. Ha. Das dauert. Das dauert ganz schön lange. Ja. Stück Eisen. Eisenerz. Sehr schön. Da ist noch ein Stein. Den nehmen wir noch mit. Das war aber kein Felsbrocken. Ist das. Was ist das denn? Das ist grün. Ist das Felsbrocken? Probier es mal. Oh. Da hinten ist ein Zombie. Genau in der Mitte über uns. An dem Gartenzaun steht da. Ja. Das war ein Felsbrocken. Okay. Da hinten. Genau da hinten läuft er. Ist wohl seelenruhig alleine. Zerstöre Papierbox um Forschungsmaterial zu erhalten. Oh. Haben wir da im Tutorial jetzt was vorweggenommen. Das ist natürlich blöd. Ja. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir nochmal irgendwo. Irgendwo Papier herbekommen. Ich würde gerne wissen, wie man levelt. Das mag ich gar nicht. Ist übrigens ein anderer Spawn, wo ich damals im Stream war. Da war ich ganz woanders. Also man spawnt auch irgendwo anders immer. So. Fundament bauen. Ja, das machen wir nicht jetzt. Ich äh. Ah. Mit C komme ich in die Charakterinformationen. Ach so. Oh. Entscheidungen. Ah. Verfügbare Statistik. Ah. Hier kann ich jetzt leveln. Ah. Gedächtnis. Ach so. Das sind unsere Werte. Schaden. Sprungkraft. Mach ich mal. Dann haben wir den Punkt. Haben wir uns entschieden für. Ich hab mich entschieden. So. Gut. Trotzdem möchte ich jetzt erstmal nicht in die Stadt. Sondern ich möchte mich jetzt erstmal irgendwo niederlassen. Und äh. Ja. Wir müssen zusehen, dass wir irgendwo ne Hütte bauen. Oder wir nutzen ne Hütte, die schon da ist. Wäre auch geil. Das ist ja möglich. Dass wir da einfach anbauen. Ich glaube es dämmert ein bisschen gerade. Oh. Alter. Oh. Erschreck mich doch nicht so, Mann. Ich hab Paras. Ich hab so viele Paras. Hör auf damit. Mann. Ja. In der Straße möchte ich auch nicht. Sehr gerne. Aber ich weiß nicht wie es ist. Ich mein gut. Wir können natürlich jetzt erstmal ein bisschen gucken. Ich würde erstmal jetzt ein bisschen. Looten nochmal. Bevor wir uns dann jetzt. Wie gesagt. Sind schon wieder. Oh. Hasi. Achso. Essen müssen wir ja auch, ne? Oder? Müssen wir Essen trinken? Fällt mir gerade ein. Wir haben glaube ich gar keine Essens-Trinken-Anzeige, oder? Wir haben Lebensanzeige. Dann das Gelbe ist, äh. Ausdauer. Aber was ist das Weiße? Nochmal. Äh. Da läuft einer. Eine alte Kuh. So. Stein nehme ich mit. Äh. Äh. Ja. Da müssen wir schauen. Ja. Mit. So. Also die laufen auch hier in der Wildnis rum. Die sollten echt vorsichtig sein. Dieser Fuchs. Das ist nicht wahr. Ich hab immer gedacht. Alter. Der erschreckt mich so. Weil diese Geräusche. Ich bin so nervös. Und ich glaube, das wird ein richtig gutes Survival-Game. Also auch was den Spaß macht. Oh. Ein Adler. Auch was den Spaß jetzt angeht hier beim Spielen. Ich freu mich so sehr. Das ist ein richtig gutes Survival-Game. Auch für das Let's Play jetzt. Gut. Let's Play sagt man ja nicht mehr. Mann. Fürs. Äh. Naja. Du weißt schon. So. Alles nehmen. Wir haben so viele Sachen. Zerstören geht nicht. Da hinten ist ein Hochhaus. Da scheint noch eine Größe. Ach du Heiliger. Alter. Wo geht das denn da hinten noch überall hin? Was ist denn das für ein. Platz hier. Hä? Wo geht das denn hin? Uff. Wir werden. Oh. Da steht jemand. Oh. Ein Schwein. Mh. Lecker. Schnitzel. Fände ich ein bisschen komisch. Aber man muss doch essen. Oder? Warte. Oh. Da steht noch. Oh. Parade. Das ist nicht gut. Äh. Was haben wir denn noch? Baumenü. Charakterinformation. Inventar. Licht. Mit L. Oh. Wir haben die Taschenlampe. Das ist nicht gut. Wir werden auf jeden Fall die Karte auch sehr sehr genau erkunden und so. Ja. Wo lassen wir uns nieder? Immer wieder. Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Wie hier so die Wellen sind alles. Und es füllt sich auch so langsam der toten Kopf. Und wir sollten so langsam anfangen uns irgendwie was zu bauen. Zumindest für den Anfang. Problem an der fertigen Hütte ist, in der Stadt jetzt zum Beispiel, dass, äh, also Vorteil sehe ich, die können es nicht kaputt machen. Nachteil ist, wir können, ja, nur aus den Fenstern schießen. Wir können nicht nach oben bauen. Also keine zweite Etage und so. Da müssen wir irgendwie dann anbauen. Und das können die natürlich zerstören. Ist ja auch so ein bisschen Tower Defense. Da ist auf jeden Fall eine Stadt. Oh ja. Alter Schneeberg. Holy, guck mal, da hinten ist sogar eine Kirche noch. Da ist, glaube ich, eine Kirchenspitze da hinten an den Schneeberg. Oh, das wird interessant. Oh, das wird richtig gut. Oh ja. Ich weiß gar nicht, wo wir damals gebaut hatten. Da ist auch ein Firmengebäude. Da ist ein Haus. Ich weiß, dass in den Häusern auf jeden Fall auch Zombies spawnen.